Jetzt guckt er da hin! Zum Glück habe ich unendlich Steine, zum Glück. Trägst du jetzt mal die verdammte Leiche? Was soll das? Warum setzt er die Leiche wieder ab? Ich hätte das wunderbar geschafft! Nochmal. Leck mich am Arsch, du mit deinem Shikashi. Das hätte ich wunderbar geschafft. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ja, nun laber doch nicht so ein Müll hier. Verpisst euch da. Ne, ich habe falsch geworfen. Das hätte wunderbar geklappt. Ich hätte alles hingekriegt. Nochmal. Er muss richtig... Er muss richtig hier hinkucken. Ich speichere das mal ab, damit ich nicht mehr warte, dass die Samurais da weg sind. Ich beiß hier gleich die Lampe ab, ey. So. Warum? Ja, jetzt hat es natürlich wieder nicht geklappt, weil der Penner da ist, ey. Jetzt muss ich abwarten, dass er da nochmal durchkommt. Und dann bist du fällig. Das glaubt man. Du bist mehr als dran. Ja, ja, der Himmel sei gepriesen. Der Himmel sei gepriesen. Und jetzt bloß hier weg mit den Leichen. Pack die irgendwo hin, wo sie nicht zu sehen sind.